Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zu diesem Gameplay mit Udia. Udia hat Buffs erfahren, sowohl der AD Udia als auch der AP Udia. Es gibt ein paar Informationen, die ich euch dazu geben will, aber erstmal wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr könnt ein bisschen entspannen und das Abendprogramm genießen und all solche Geschichten. Was gibt es für Informationen? Udias Winrate ist hochgegangen, aber es hat sich noch kein Bild herauskristallisiert. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel Trick to G mal Stork, das ist ja ein bekannter Udia-Main, wird man merken, er spielt einiges an Tang Udia, er probiert aber auch mal AP Udia, also den Phönix, aber auch Tiger Udia und er selbst hat zuletzt mit Tiger Udia mehr gewonnen. Die Winrate aber, die momentan am höchsten ist, ist immer noch die mit Phönix. Alright, ich werde den Tiger Udia probieren, schön mit AD auf den Liegner drauf hauen. Es gibt zwei Optionen, entweder Warriors Rushen oder wenn ich 1200 Gold bekomme, Tiamat Rushen, um schnell zu farmen. Ich bin sehr gespannt, wie mein Udia-Gameplay so aussieht. Ich bin auch froh, dass wir mal wieder hier diesen wunderschönen Skin nutzen können, Ultimate Udia-Skin. Kriege hier einen wunderschönen Pull auch von der Wattlane. Das sieht sehr gut aus. Wir gehen weiter, machen Level 3 und dann eventuell ein Gang. Diese Folge ist aber auch gleichzeitig nochmal ein Grüße-Gene draußen. Es gibt viele Leute, die ich grüßen will. Deswegen haltet euch fest und ich sage direkt zu Beginn, wenn ihr auch mal gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach in die Kommentare. Natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne noch eine Frage hinzufügen, was ihr vielleicht schon immer mal wissen wolltet. Irgendwie sowas. Ach, bei Udia ist es ja so, ich habe schon lange nicht mehr gespielt, dass man irgendwie, wenn man die Fähigkeiten auch wechselt, dass man dann Attack-Speed bekommt. Aber ich habe Mana-Probleme, also sollte ich ein bisschen aufpassen. Ich mache immer erst den Auto-Attack und dann die Queue, weil ich denke, dass es vielleicht ein Reset ist, aber es ist kein Reset. Jetzt habe ich gar keine Mana mehr für meine Queue. 44 kostet die. Muss ich jetzt echt so durchziehen. Jetzt bin ich Level 3. Ähm, ja, probieren wir einfach mal aus. Erster Gank. Ich glaube, ich nehme meine Schildkröte gar nicht. Ich würde es mal darauf achten, dass ich hier nicht... Das wird interessant, weil der Urgott, der ist sogar schon hier Level 3. Das ist vom Timing her nicht das, was ich gerne hätte. Ja, der Dot, der Dot, der tut weh. Du willst nicht mehr Talga, Uli, bitte. Oh mein Gott. Wow. Ich denke, du bist so... Evelyn, bist du... Was ist los mit dir? Du kannst niemals gegen Uli gewinnen. Aber Early Roam von Asya? Please. Muss man halt dem Mitleider zugute rechnen. Aber jetzt haben wir halt... Klitzekleines Problem. Ich habe nicht meine gewünschten... 1200 bekommen. Dementsprechend gehen wir Richtung Warriors. Die ersten Personen, die ich grüßen will. Die haben, glaube ich, gar nicht gefragt nach Grüße. Aber Zabuza und Lord Alex. Euch beide will ich von mir aus einfach grüßen. Überraschung. Denn ihr habt im letzten grüßigen Raus-Video, wo ich Shaco gespielt habe, ultra nette Kommentare da gelassen. Die Top-Kommentare. Und dafür geht meinerseits ein Gruß an euch raus. Ja, jetzt hat der Asya Probleme, gegen die Double-Wurf zu bestehen. Okay. Ich bin immer noch Level 3 und ich droppe... ...herter im Jungle als... Ja, wie soll ich denn bitte? Wie soll ich denn bitte Midlane ganken? Ich glaube, Evelynn macht die Crap. Äh, wie soll ich bitte Asya ganken? Das meine ich. Der slidet einfach weg, wenn was. Zum Glück ist Evelynn noch nicht unsichtbar. Also brauche ich mir jetzt momentan keine Sorgen machen. Evelynn ist auch schon Level 4. Ja. Okay, der Double-Buff ist jetzt weg von Asya. Ogurt hat auch eben gerade noch seinen Counter-Kill bekommen. Ist das ein Lane-Swap? Fragezeichen. Ich habe noch 10 Sekunden bis zu meinem Smite. Aber okay, der Grump ist eh weg. Ich bezweifle, dass kein TP'n will. Da kommt noch eine Wave. Jetzt ist der Grump da. Momentan fühlt sich Uli ziemlich schwach an. Von der Survivability und allem. Mal gucken. Mal gucken. Aber so viel ich weiß, ist Uli sowieso hinten heraus stärker. Mal gucken. Challenging Smite. Schuhe kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir nur zwei Tränke noch leisten. Red Buffs spawned. Level 6 habe ich. Da habe ich keinen großen Vorteil. Aber vielleicht können wir Ink-Bot. Ich probiere gleich mal Bot-Lane. Green Place. Du bist der Nächste, den ich grüßen will. Du grüßt außerdem Kevin. Du hast eine Frage an mich. Und zwar, wie stehe ich zum Thema Drogen? Muss ich zensieren, bevor das Video zensiert wird. Und was sage ich zur Lika-Li-Siro? Ja, wenn man über sowas spricht, kriegt man von YouTube schnell mal eins drauf. Aber okay. Ich werde die Frage gerne beantworten. Nachdem ich hier vielleicht mal gecountert habe. Ist er gewordet? Fragezeichen. Oder ist hier gewordet? Okay, da ist gewordet. Warum sollte ich denn hier ganken? Evelyn ist Level 6. Ich glaube, Evelyn kommt Bot. Ich verstecke mich mal kurz hier. Reicht schon, wa? Nami! Ich denke, der Dot hätte gereicht. Aber... Counter-Gang hat auch funktioniert. We're played. Wie ich zu dem Thema stehe. Also folgendes. Oh, zur Legalisierung kann ich gar nicht so viel sagen. Also ich kann dir vielleicht eher so eine Meinung sagen, wie ich prinzipiell zu dem Thema Drogen stehe. Und zwar denke ich, jeder muss für sich seine eigene Erfahrung machen und ausprobieren, ob ihm das passt. Du hast doch noch ein Argument gemacht. Das heißt, es ist ja günstiger. Alkohol! Und das stimmt. Ich hatte halt Freunde, die viel konsumiert haben und die haben sich auch ein bisschen verändert, sind ein bisschen lahmnah geworden. Und das fand ich zum Beispiel nicht cool. Wenn man aber sagt, jo, eins zur Entspannung oder ich mach das anstatt halt dann zu trinken, dann ist da an sich eigentlich nichts verkehrt. Aber man muss das halt für sich selbst entscheiden. Bei mir war es zum Beispiel so, als ich es das erste Mal probiert habe, hat es mir nichts gebracht. Äh, und deswegen... War das auch nichts für mich. Ich werde jetzt aber keinen verurteilen, wenn er sagt, der macht das, weil... Bei manchen ist das einfach okay. Sofern die davon irgendwie nicht ihr Leben zu sehr... Weil das Leben beeinflusst wird, keine Ahnung. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Dann bedanke mich für die Frage. Grüße an dich. Wie gesagt, wir gehen raus. Jetzt bin ich ein Level über, Evelyn. Und hab auch das Gefühl, dass ich farmtechnisch besser hinterhergekommen bin. Es könnte sein, dass Evelyn mich jetzt hier findet. Das wäre gar nicht gut, weil ich bin noch low. Ist denn der U-Ding slow? No, ist er nicht. Dann gehe ich jetzt mal einkaufen. Damit ist mein Warriors fertig. Als nächstes brauche ich entweder Trinity Force. Ja, oder weiß ich nicht. Ich denke, Trinity Force ist schon gut. Schuhe, 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 Schuhe sind auch gut. Schuhe, Papi. Nächste Person, Mr. MuLP. Du grüßt deinen Freund, den Eisendrachen. Und die Frage, die du hast, ist, welcher Skin meiner Meinung nach... Welcher Skin ist cooler? Oder SKT Talon oder eben Blutmond Talon. Es fühlt mich gar nicht so schwer. Ich finde den Blutmond Talon ziemlich cool. Eigentlich die gesamte Blutmond-Reihe. Und... Evelyn ist Mitte gegangen, also nicht Bot. Oh mein Gott, der Asie macht so ein Damage. Oh, Nami mit dem Place... Ah, er will ein Ulti davon. Ja, der Asie hat mich jetzt das zweite Mal gekillt. Das ist mein persönlicher Feind, mein Raid-Boss. Sobald ich dich einmal kille, Asie, mache ich hier einen Freudensprung. Ich hätte auch einfach auf Asie flashen können. Ich dachte... Ja... War ein bisschen ungünstig von mir. Ähm... Tjark Senf ist frisch Level 30 geworden. Er spielt gerne Akali. Und... Wollte fragen, ob ich ein Gameplay zu Akali machen kann. Erstmal grüße ich an dich gerne raus. Danke für deinen Kommentar. Ähm... Ich habe in der Assassin-Woche wahrscheinlich... Hast du es dann selbst auch mitbekommen... Ähm... Akali gespielt. Also... Wahrscheinlich bist du schon happy. Aber ich wollte dich nochmal drauf hinweisen. Gucken wir direkt weiter. Wen haben wir denn noch? Silly B ist durch seinen großen Bruder auf meinen Kanal gestoßen. Da würde ich mal sagen, grüße ich ihn raus an dich und deinen großen Bruder. Ähm... Muss ein korrekter Bruder sein. So viel kann ich sagen. Ich fühle mich nicht so wohl mit Udia. Man merkt es vielleicht. Wir probieren natürlich das Beste nochmal rauszuholen. Und... Es ist so... So stumpf. Also ich sehe zum Beispiel auch Trick2G spielt Udia mit Lauftemperon. Es ist einfach... Es dauert so lange, bis ich frontal auf den Gegner zulaufe. Äh... Asia slidet einfach weg und... Da fehlt mir irgendwie so... Keine Ahnung... Der Hard-Engage? Wenn man so will. Ähm... Wie sieht es aus bei Kayn? Udia hat einen Black-Kleber. Da wird nicht leicht. Alle werden gesnackt. Mitteln ist schon wieder RIP eventuell. Da wird nicht mehr RIP eventuell. Galeo-Ulti-Azier mit Evelynn zusammen. Bin unterwegs. Erster Kill. Nice. Der Dot reicht. Der Dot reicht. Konami! Es ist deinem Turn! Nein! Das war close. Ein einziger Schuss hätte mich gekillt. Oh, der gibt ein Twitches AFK. Angeblich, wenn man ihm glauben kann. Ja, ich glaube, mich persönlich hat das ein bisschen zurückgebracht. Aber mein Team hat mich absolut nicht lieb. Weil die Elfen dann einfach deutlich häufiger gankt. Trinity Force habe ich gesagt. Welche Boots? Magic Pen nehmen wir mal, wenn der Twitch AFK ist. Und gucken wir mal, wie es aussieht mit ein paar Items. Schranktür. So heißt jemand auf YouTube tatsächlich. Er findet, ich bin eine floschige Socke. Das ist schon mal sehr nett von dir. Ich denke mal, das ist gut. Du hast viele Grüße und eine Frage. Hund oder Katze? Ich selbst habe einen Hund. Und ich finde persönlich, man kriegt einfach deutlich weniger Liebe von einer Katze als vom Hund. Und meine Antwort steht fest. Es ist der Hund. Welkos muss doch einfach nur unter dem Turm zweimal seine W einsetzen. Mehr ist das doch gar nicht. Und ich guck durch den Asien. Der hat doch bestimmt noch alles ab Obwies, obwies, obwies Ich hätte den Tau einfach fallen lassen sollen Bis zu Trifoss ist es noch ein kleiner Weg Schrankt ja, wie gesagt, sehr viele Grüße Er grüßt einmal Kafka, er grüßt Udo Er grüßt Chaos Gang, er grüßt HP Miri, Yam Yam, ich esse gerne Und das gesamte Haus Nummer 3 Jawohl, Grüße gehen raus an alle Personen und Häuser Da draußen Und ja, danke für den Kommentar Wir machen weiter mit Caesars Bang Einer der Immer sehr hart supportet Schleißig auch meine Streams verfolgt Auf Twitch Und ja, Caesars Bang, ich mag ihn sehr Zumindest so sehr, wie man virtuell Jemanden mögen kann Und ich grüße, die Grüße sollen rausgehen An ihn selbst und an seine Freundin Hoffe, du hast dich gefreut, Caesar Ja, Challenging Smite Jawohl, ja moin Er lebt Feels bad Er hat die Barrier Ganz ehrlich, wenn der Twitch nicht AFK wäre, wäre es ein Insta-Lose Man muss halt auch sagen Jungle ist immer auch abhängig Bisschen von den Solo-Lanes Und Top-Lane ist am Losen, Mid-Lane ist am Losen Da kann ich mich einfach auch selber Wenig austoben Okay Jetzt kommt Udi Ich brauche Tempo Ich brauche Tempo, dann kommt's Jawohl Okay, Asia will ich nicht Ich glaube, alle drei Tore sind legit von Asia Wir grüßen weiter I-Lenox Ich denke, das ist ein I Oder sind es zwei L I-Lenox Du findest mich spitze Und sagst, dass ich so weitermachen soll Du grüßt Robin Und auch die Freundin von Robin Namens Lisa Vielen Dank für dein Kompliment Und den Kommentar Grüße gehen selbstverständlich Robin und Lisa raus Noch mal der Hinweis Wenn ihr gegrüßt werden wollt Schreibt's einfach in die Kommentare Langsam werde ich gefährlich Besser später als nie, ne Besser später als nie Kommt schon, den kriegt ihr doch Jawohl Avalon und Asia Legit Primates Hundertprozentig Aber auch hier schon ein bisschen länger überlebt Als letztes Mal Trinity Force ist ready Und wenn ich jetzt anfange Tanky zu bauen Kann ich eigentlich ziemlich unbekümmert In die Gegner reinrauschen Und das ist der Moment Wo ich finde, dass Udi langsam Ziemlich stark wird Ich glaube, ich erwarte einfach zu viel Von Udi Pre Minute 10 oder so Keine Ahnung Ihr könnt natürlich auch Neben den Kommentaren Immer gerne was Über Udi rausknallen Beziehungsweise Ich werde wahrscheinlich eine Umfrage machen Was ihr besser findet Tiger oder Phoenix Da könnt ihr natürlich auch gerne mitmachen Wir gehen weiter mit Saskia Sie grüßt außerdem ihren Freund Marco Sie sind seit zwei Jahren am Stizzle Und finden, ich bin ein angenehmes Abendprogramm Vielen Dank dafür Vielleicht sitzt ihr gerade abends auf der Couch Dementsprechend schönen Abend Brauche ich zwei Ne, da kann ich leider nicht mehr rein Lieber Cain Die Tür, dass du da rauskommst Das ist schon mal nicht schlecht, ne CC und Damage unterm Turm Vorsicht Wer so öffnen ist Die ist bestimmt an meinem Blue Schon viel angenehmer jetzt gerade Wirklich, das Spiel hat sich Irgendwie positiv entwickelt Würde ich behaupten Ich werde auch langsam schnell Ich gehe mal Counterjungle Ich würde gerne die Evelynn jetzt mal 1 vs 1 besuchen Get wrecked Das sah so cool aus Okay, ich bin erstmal wieder raus Wo haben wir stehen geblieben Saskia hat übrigens noch eine Frage Und zwar will sie gerne Ein bisschen besser werden Mit Ari Und fragt, ob ich Tipps habe Zum Champion Ari Ich persönlich finde Bei Ari entdecke ich auch oft Zu Beginn des Spiels eine Schwäche Die braucht erstmal 1 oder 2 Items Vielleicht hast du schon Ari Gameplay Von mir gesehen Und da habe ich Gunblade gespielt Das sicherere ist auf jeden Fall Wenn man Ari erstmal kennen will Mit Morellos zu starten Das würde ich dir empfehlen Ansonsten nicht zu viel kombinieren Die Kugel bisschen in die Wave knallen Bis du wie gesagt 1 oder 2 Gegenstände hast Und irgendwann Wenn es reicht Wenn es reicht Dass du mit der Kugel Die Caster Minions killst Dann bist du eigentlich Schnell genug beim Auspushen So dass du anschließend Eigentlich deinem Jungle Oder der Botlane Mit Roams Und Rotation helfen kannst So wir pushen hier schnell weiter Die kommen hier alle gut weg Holy shit Der Damage war gut hier Ich wollte gerade sagen Da muss doch noch eine Evelyn dahinter sein Ich hoffe ja hier auf irgendwen Ehrlich gesagt Die Support Lane ist gerade tot Das könnte interessant werden Das könnte interessant werden Sie smitet mich direkt mit Challenging Smile Geh weg mit deiner Ulti Wie lange Wie lange geht die Alter Sein Damage Okay Ich glaube nicht Dass ich Urgele One vs. One schaffe So wie sehr mich gerade Verarbeitet hat Der Baites doch Was wird als nächstes gebaut Ich muss mal ganz kurz gucken Was war im Internet noch zu sehen? Frozen Heart Ist ein beliebtes Item, okay Noch ein Mercurant Ne, das wäre zu viel, Frozen Heart wäre schon zu viel Ah, ich lasse mein Team So ein bisschen im Stich Dornpanzer wird auch gerne gebaut Aber gegen die doch nicht Okay, dann mache ich erst mal so ZZ Rod Ein bisschen Wir gehen jetzt auf Ein bisschen Mask einfach Ne, es macht keinen Sinn Ein bisschen Mask Stone Plate, Stone Plate macht Sinn Ein bisschen Mask wäre, denke ich mal Für so ein Phoenix-Bild ganz cool Aber jetzt nicht Jetzt muss ich kurz erstmal Wieder hier klein machen Da ist die Evelyn Level 14 Wen grüßen wir als nächstes? Wir grüßen Easy ATC Hat viel von meinen Shaco Plays gelernt, vor allem weil Das letzte Mal Grüße ging raus Habe ich ja Shaco gespielt Ach come on Und schon ist mein Kontrollboard weg Ich dachte, ich habe gehofft den Asi da so ein bisschen bewischen zu können Das ist echt krass, ne? Die spielen ohne Twitch Okay, hier kommst du dir So deep wie er geht, das ist schon safe Sollte ich jetzt splitpushen? Natürlich auch die Option mit Mit ZZ-Rodportal und Uli hier zu splitpushen Drake? Ey, wir sind 5 gegen 3 5v3 5v3 Er holt doch mal Sicht Ja Der Kayne, Alter, wie tot hat er Die Krabbe ist gemacht Ey, hier werden 100 pro Wards sein Twitch ist back! Oh mein Gott, das ist so bad Unlucky Und Evelynn ist auch da Es ist Kayne's time Es ist Kayne's time to join Er macht einen Quarter hier Warum hat er so viel Angst? Ah, mein Army Get rekt Get rekt, Alter Wow Backus kommt schon Okay Das ist ein AP Galio Gucken, wie lange ich den chasen kann Ich probier's mal was Kick weg, oh Gott! Nein, was willst du von mir? Das waren die Homeguard Boots, die wir so schnell gemacht haben Äh, ich hätte noch hier meinen Stoneblade machen können Und was mit Attack Speed vielleicht noch Blade Oder Leben Wamux Zum Beispiel Wamux wäre, glaube ich, gar nicht so bad Hiermit hätte ich sogar 40% Cooler Reduction Das müsste passen Okay, wir haben noch ein paar Personen, die wir grüßen wollen Deswegen eigentlich ganz gut, dass das Game ein bisschen dauert Ähm, wir machen weiter bei Achso, Easy RCC Hat aus meinem letzten Video ein paar Schacko Plays übernommen Und seitdem gewinnt der Kinder leicht Freut mich, dass es bei dir klappt, mein Lieber Und als nächstes haben wir Nico Melder Er hat mich durch ein A bis Z gefunden Weil er einfach nach einem Heimeldinger Guide gesucht hat Und ich war der einzige irgendwie deutsche Heimeldinger Den er gefunden hat auf YouTube Dann hat er sich das angeguckt Die ganze A bis Z-Reihe angeguckt Und jetzt ist er Diamond Mit 1,2 Millionen Mastery Points Auf Riven Mein Lieber Freut mich, dass es bei dir läuft Und das nur durch so ein A bis Z von Heimeldinger Er will ja die ganze Dauer surrender, der Kane, ne? Muss mit Udi immer nervig sein Immer kombinieren Was klauen, was pushen Hier Zeig, zeig Ich mach nämlich Baron gerade Genau Oh, no way Get wrecked Bei Garni, Uls Mein Gott, sogar von Twitch gekillt Ist gar nicht gut Okay, gut, dein Gage Oh, schade Die UL kriegt er nicht mehr drauf Oh, dear Oh, dear Oh, dear Oh, dear Dieser Gym Ja, jetzt kommt Kane Er räumt ebenfalls auf Redemption nochmal nicht schlecht Die Bubble ist nicht schlecht Jetzt komm ich Hier haben wir noch Wir haben noch ein paar Leute, die wir grüßen Also Nicht wohnen, wenn es vorbei ist Ihr Turret Wir grüßen die nächste Person, und zwar ist das Nico Melda. Ne, das hatten wir gerade. Du bist da jetzt zweimal gegrüßt. Anthony Beck, du hast mich auf der Gamescom getroffen. Das war einer deiner absoluten größten Träume. Du verfolgst mich schon seit ich 13.000 Abos habe und bist einer meiner größten Fans. Ich muss sagen, wenn du wirklich schon dabei bist, seit ich 13.000 Abos habe, dann bist du wirklich ein sehr treuer Fan. Da kann ich nur sagen, danke, dass du so lange dabei bist und ganz herzlich, voller Freude verdient, Adrian, grüße ich dich. Ich bin froh, dass wir uns noch auf der Gamescom gesehen haben, dass du da noch ein Stück von mir abbekommen hast, wenn ich das so sagen kann. Adrian, fühl dich gegrüßt. Vielen Dank. Ich werde eventuell nochmal Phoenix Udia probieren. Udia ist halt ganz speziell und ich glaube, ich spiele den komplett falsch. Ich versuche den wie ein normaler Jungle zu spielen. Ein bisschen fahren, ein bisschen ganken und gucken, was man im Teamfight machen kann. Aber Udia ist anders. Udia, seine Mama hat gesagt, du bist was ganz Besonderes. Und zwar folgendes. Du musst mit Udia konstant nerven. Wenn ich gegen den Udia spiele, dann hat er plötzlich den Inhibitor, dann hat er den Turm, da steht ein ZZ-Rod-Portal. Der kommt wie aus dem Nichts. Und, jawohl, easy Drakesy von Velcro, das wusste ich doch, deswegen bin ich hier am Puschen. Und ich kenne mich nicht so aus mit diesen sneaky Cheeses, die man mit Udia machen muss. Muss viel rumrennen, viel Verwirrung stiften und dieses straighte Game, was ich gerade mache, ist nicht das, was ein Udia sich, glaube ich, wünscht. Dick bin ich. Ha! Och ne, die sind schon top! Team! Ich werde nicht mehr gruppen. Jetzt ist mehr Energie leer. Die Gegner haben einfach 14 Kills mehr. Und selbst wenn der Twitch AFK ist, glaube ich, verlieren wir das. Ich bin keine Frontline wie Urgott. Ich bin kein Assassin wie Evelyn. Nichts Ganzes, nichts Halbes. Asia zonet uns im Prinzip alleine. Ah, warte mal, Twitch ist doch da. Hab ich das verpasst? Das ist plötzlich mit meinem Team los! Ich verstehe das Game nicht, nach wie vor. Ich mag es, wenn man mit Udia 40% Cooler Reduction hat und so schnell ist. Wie der Wind! Ich glaube, ich baue echt als letztes noch ein Blade of the Ruined King. Einfach für meine Split-Push-Shenenigans. Nach der Wave muss ich back. Ich hätte übel gerne mal gegen Evelyn fighten, aber ich glaube, die snackt mich. Oh, Twichikowski! Twichikowski, wie sieht es aus mit dir, mein Lieber? Der geht außen lang, der Twich-Series. Der geht außen lang, der Twich-Series. Ich glaube, der Twich-Series. Der geht unten lang. Oh, oh. Jetzt wissen sie was. Wir schangen die Spirits an. Rundperen. Alter, wo gibt es so dick? Versucht da ein bisschen Sicht zu verschaffen Ich komm nicht ran, ey Seht ihr das? Ich werde einfach einmal CC'd und bin tot Egal ob von Galio oder von Evelyn Das Problem ist, hier ist nicht ein einziger Ward Wer hätte Nami drei Wards stellen müssen Und dann überrascht einfach Galio die Cristana Und dann ist es vorbei Wir haben eigentlich ganz gut angefangen Hier mit dem Laser von Velcos hat es sehr gut angefangen Okay, das war's Bin ich irgendwie auch ganz froh drüber Das Game ist vorbei So, mein erster Eindruck von Rudi Ausbaufähig Das ist mein Kommentar Ich hab noch ein paar Personen, die dich grüßen wollen Dann zwar Fabian Du grüßt Tobi und Angelo Grüße an euch gehen auf jeden Fall raus Dann haben wir noch Maximilian Junior Gross Auch liebe Grüße an dich Ismet Küçük Daniel King Ahmed Alessa Paston 432 Und last but not least Grüßen wir noch den Felix Leib Er sagt, Mike, es ist völlig egal, was du spielst Und es ist auch egal, ob du Udi Scheiße spielst Es ist witzig, wenn du spielst Vielen Dank dafür Und dementsprechend Danke fürs Zuschauen Wenn ihr gegrüßt werden wollt Haut was in die Kommentare Macht bei der Umfrage mit welchen Udi ihr cooler findet Ansonsten bis zum nächsten Mal Euer Mr. MikeyP Haut rein Alter, hab ich mir nicht Schaden gemacht Holy shit, ey Story of this game In diesem Sinne Bis zum nächsten Mal